Sechstes Indiz. Hauptquartier. 0 Uhr 45. Wir haben die ganze Stadt durchgekämmt. Umgekrempelt. Keine Spur vor dem Kerl. Der kann sich doch nicht die Luft auflösen. Herr General, vielleicht ist er raus. Auf der Stadt? Unmöglich. Sollen wir doch Suchtrupps losschicken? In die Wälder draußen? Nein. Nein. Außerdem hat er es ja vor morgen früh gar keinen Zweck. Jetzt in der Nacht. Wir könnten Scheinwerfer nehmen, Herr General. Ich habe schon die Flaggbatterie... Nein, zum Donnerwetter. Ich sage nein. Die Stadt wird durchsucht. Diese Ratte muss doch aus ihrem Loch zu treiben sein. Siebentes Indiz. Nachtredaktion des Express. Also hören Sie, wie Sie das machen, ist mir ganz egal. Aber wir müssen morgen früh in der Ausgabe irgendwas so Persönliches über dem Boot haben. Ist es bestimmt Boot? Man hat ihn erkannt, ganz klar. Dieser Schauspieler-Boot. Die Militärpolizei rückt zwar nichts raus, aber es war Boot. Die Militärpolizei rückt. Das Merci. Untertitelung des ZDF, 2020